Und ein Moinsen zu diesem VfB aktuell. Trainersuche ist ja ein Thema beim VfB aktuell. Auch da, wie auch bei Sportdirektorenfrage, geht es ja um diesen 12.12., wo sie gesagt haben, das ist die Deadline, 12.12. Trainingsauftakt, da wollen wir alles durchhaben, die ganzen großen Entscheidungen. Und da gibt es ein neues Gerücht von Sky. Plettenberg hat gepostet. Natürlich die Frage, inwieweit man das Gerücht dann eben ernst nimmt. Kann man ja halten, was man will. Kann man sagen, ja, die sind immer besser dran mit Meldungen, mit Quellen, mal sind sie schlechter dran, mal liegen sie richtig, mal liegen sie falsch. Immer das Thema, wie man selber daran glauben will, als solche Gerüchte. Interessant hier, Torup und Schreuder bleiben im Thema, ist ja nichts Neues. Mit der Klammer, mit Mislintat, die er dahinter setzt. Also das sind wohl seine Kandidaten. Und danach wird eben Bruno Labbadia genannt. Als, Zitat, ernstzunehmender Kandidaten, auf den möchte ich hier eingehen. Ich wäre nämlich tatsächlich, je mehr ich überlege und geschaut habe, so ein bisschen in den Vergangenheiten alles, würde ich dem echt immer zugeneigter werden. Auch wenn natürlich einige auf so Spiele direkt wieder durchgedreht sind, kann ich aber wirklich nicht ganz verstehen und will gucken oder ich gucke mal an, warum ich das nicht so ganz verstehen kann. Labbadia war schon mal da, hat 119 Spiele beim VfB als Trainer gemacht. Das ist die längste Amtszeit von einem VfB-Trainer vor eben Pellegrino Materazzo gewesen. Punkteschnitt 1,46 pro Spiel. Nicht berauschend, war aber so gesehen der letzte, ich sag mal in Anführungszeichen, erfolgreiche beim VfB. Einfach weil er die beste Platzierung geholt hat, im Vergleich zu allem, was danach kam. Sechster Platz, 2011, 2012 geworden. Er kam am 13.12.2010 zu uns, hat uns auf Platz 17 übernommen, kam als Feuerwehrmann, um den Nichtabstieg zu schaffen. Und am Ende wurde man zwölfter, hat es also solide geschafft. Dann, wie gesagt, in seiner vollen Saison, die Saison darauf, wurde er Sechster. Das war Europa League. Damals muss man ja auch sagen, generell war die Erwartungshaltung natürlich auch deutlich eine andere als jetzt. Auch die Saisons davor, vor Labbadia liefen auch schon nicht so wirklich prickelnd. Da hat man auch schon so ein bisschen um Abstiegsplätze gebettelt, sag ich mal oder nach. Ist ja die Erwartungshaltung von Jahr zu Jahr geschrumpft eigentlich. Natürlich, seit Meisterschaft 2006, 2007 wurde man Sechster, Dritter, Sechster. Dann kam Labbadia mit Zwölfter, Sechster und Zwölfter. Wie gesagt, die Rettung 10-11, dann eben zwei volle Saisons bekommen. Eben auch 12-13 eine volle Saison gewesen mit Labbadia, da wurde man Zwölfter. Aber immerhin, da wurde man Pokalfinalist. Da war das letzte Pokalfinale vom VfB aus höchster Gefühle seither, wo man gegen die Bayern fuhrt hat, mit 2-3 in dem Finale. Und dann eben nach gescheiteter Europa-League-Qualifikation durch eben diese Teilnahme am Pokalfinale. Gegen Rijeka war das. Und nach drei Bundesligaspieltagen waren es dann, war es in der Saison 13-14 Schluss für Labbadia. Die Saison schloss man dann auf Platz 15 ab. Danach in der Bundesliga wurde man 14. 17. 7. 16. 9. 15. Und dazwischen ja auch, wie gesagt, zwei zweitiger Jahre mit drin. Nach der 17. Platz-Saison und nach der 16. Platz-Saison. So gesehen, wie gesagt, rein faktisch, tabellarisch und so weiter. Bruno Labbadia, der beste VfB-Trainer der letzten Jahre. Danach wurde es nur schlechter. Auch ganz generell kommt er mir irgendwie zu schlecht weg. So aus diesem klassischen Trainerkarussell in der Bundesliga mit Gießdoll, Weinziel und so weiter. Ja, ganzen Namen kennt man ja. Ist das mir definitiv der Liebste. Vor dem VfB waren es 1,92 Punkte bei Darmstadt, 1,53 bei Fürth, 1,6 bei Leverkusen, 1,63 beim HSV. Nach dem VfB nochmal beim HSV gewesen, waren es nur 1,2 Punkte. Dann 1,52 in Wolfsburg und 1,07 bei Hertha BSC. Alles nicht super. Aber ein großes Argument ist hier dabei in seiner gesamten Trainerhistorie. Er ist noch nie abgestiegen mit einem Klub. Egal, wie es da aussah bei den Klubs, die er übernommen hat. 2008, 2009 wurde er bei Leverkusen auch in Anführungszeichen nur 9. in der Liga. Aber auch da. Er hat es Pokalfin, hat er erreicht. Auch da halt leider dann gegen Bremen war es, glaube ich, verloren. Beim HSV 2010 auf Platz 7 entlassen. Nach dem 32. Spieltag hat das Halbfinale noch machen dürfen von der Europa League. Der war der HSV noch in der Europa League, im Halbfinale sogar. 0-0 gegen Fulham. Danach, wie gesagt, war er weg. Rückspieler der HSV verloren. Und damit auch kein Europa League-Finale für den HSV in der Saison. Und auch da. Allzu viel besser wurde es beim HSV seither ja auch nicht. Das muss man ja sagen. Der HSV hat er nochmal übernommen. 2015 hat er ihn noch über die Relegation gerettet. Kam am 29. Spieltag zum HSV. Da waren sie gerade 18. Die Saison darauf hat er komplett bekommen und wurde 10. Auch das ist die beste Platzierung beim HSV seither. Danach wurde er 14. und 17. der HSV. Und jetzt eben aktuell der fünfte Anlauf in der zweiten Bundesliga endlich wieder aufzusteigen. 16-17 wurde er eben dann nach fünf Spieltagen entlassen beim HSV. Thema Rettung. Können wir auch dabei bleiben. Haben wir nicht bei Wolfsburg auch gehabt. Die hat er auch 17-18 über die Relegation drin gehalten. Kam da im Februar. Die Saison darauf hat er auch dann komplett bekommen und wurde sechster. Danach dann weg gewesen. Also nach der vollen Saison zur neuen Saison kam ein neuer Trainer. War ein besserer Cut-off-Point, sag ich mal. Als jetzt wieder irgendwie nach dem vierten Spieltag oder sowas. Aber wirklich nach dem 34. Spieltag war er vorbei. Aber ganze Saison bekommen. Sechster geworden nach eben davor. Platz 17. Bei Hertha kam er in der Corona-Pause. Auch da mehr oder minder für den Klassenerhalt. Wurde dann 10. Auch das die beste Hertha-Platzierung bisher. 14. 16. 15. Wann ist es? Danach von der Hertha. Man weiß also bei Labbadia, was man bekommt. Auch mal ein Blick auf den Kandidaten bei uns. Wird immer noch von Torup gesprochen. Fände ich interessant. Auch gerade aus dem Doppelpack Schreuder und Torup würde ich eher einen Torup haben wollen. Ist er aber natürlich auch eine Wundertüte, wie es auch damals in Materazzo und so weiter war. Schreuder will ich irgendwie vom Bauchgefühl nicht so wirklich haben. Der war auch nicht so kacke bei Hoffenheim, wie sie vielleicht manche in Erinnerung haben. Jetzt gerade bei Alex irgendwie auch so ein bisschen umstritten. Irgendwie Schreuder rausrufe und so weiter bei Alex. Also der käme irgendwie mit, ich sage mal, irgendwie mit negativen Vibes käme der irgendwie. Da habe ich kein gutes Bauchgefühl bei Schreuder. Und natürlich Wimmer weiter auch eine Option. Der aktuelle Trainer ist, Co-Trainer von Materazzo, der jetzt ja seither Trainer ist bei uns. Dem wir auch sehr dankbar sein dürfen. Bleibe ich dabei für die Punkte, für die wichtigen Punkte. Klar, auswärts nichts geholt. Waren keine guten Spiele dabei. Aber eben zu Hause die, ich sage mal, in Summe 18-Punkte-Spiele geholt. Bochum, Augsburg, Hertha betätigt man ja gerne als 6-Punkte-Spiele da unten. Haben wir geholt zu Hause. Sonst wären wir tabellarisch mal komplett am Arsch. Und da musst du ja auch eine Situation übernehmen, wo es auch ziemlich Chaos war. Ist ja immer noch bei uns aktuell so, dass es ziemlich Chaos ist, was die ganzen großen Rollen beim VfB angeht. Wird ja, wie gesagt, hoffentlich in den nächsten Wochen dann endlich geklärt. Wir werden wenigstens Klarheit haben. Und da hat er uns wenigstens da in den Heimspielen den Arsch gerettet, auch wenn es da immer knapp war. Aber am Ende stehen die Punkte da. Dazu auch weiterkommen im Pokal, was natürlich durchaus Pflicht war. Aber auch da einfach ein schönes Erfolgserlebnis. Vielleicht geht der Pokal ja auch ein bisschen mehr diese Saison. Wäre ja auch mal wieder schön. Aber ich bleibe auch dabei, der kann halt schon vom Prin... Habe ich auch schon in vielen anderen Videos gesagt. Zumindest da gibt es ja auch ein extra Video von mir. Gerne abchecken die Sachen. Der kann halt für mich vom Prinzip her schon nicht wirklich einen neuen Impuls setzen. Also der war ja auch schon unter Rino Co-Trainer. Ist auch einer, wo man sich erhofft, dass er auch länger bleibt. Also der ist eine Konstante als Co-Trainer hat. Muss man auch gucken, ob der bleiben würde, wenn er eben nicht bei uns Trainer bleibt jetzt. Ja, ist halt nichts Neues für die Mannschaft. Man kennt sich. Das heißt immer von einer Mannschaft, jo, ist schön, dass er weiß, wie er uns anzupacken hat und so weiter und so fort. Aber mir fehlt da eben diese Chance, die vielleicht jemand von außen noch eher hätte, eben wirklich ganz neue Dinge zu sehen, die Situation anders zu bewerten, neue Dinge anzupacken. Und da sehe ich die Chance ein bisschen höher von jemandem, der eben von außen kommt als bei einem Wimmer. Finde ich zumindest. Und da ist für mich Labbadia die sicherste Wahl aus diesen vier, sollte denn das von Sky stimmen. Klingt ja auch dadurch, dass es eher ein Werle-Kandidat sein dürfte, eben mit dieser Misshintat-Klammer, die er im Tweet gesetzt hat. Werle war bei uns ja auch schon mal da, war von 2003 bis 2013 Referent des Vorstands. Also, ich habe es ja vorhin gesagt, wann Labbadia da war. Er war in der Zeit da, wo auch Labbadia bei uns Trainer war. Aber die dürften sich da also noch von damals kennen, wie man ja immer so schön dann formuliert. Zuerst wurde er eh noch entschieden, wie es bei Sven Misshintat weitergeht. Wurde er auch berichtet. Ich muss auch in den VfB-News-Train gerne abchecken, dass wir die Entscheidung wohl bis, beziehungsweise am Donnerstag dann haben werden. Da ist die Aufsichtsratssitzung, da muss das ja auch noch alles abwinken dann. Da wissen wir, ob Misshintat verlängert oder nicht. Und dann kommt eben auch das Thema Trainer in den Lauf, bei dem ich, wie ich hier glaube ganz gut rausklang, nicht ganz abgenackt wäre von Bruno Labbadia. Der kommt mir irgendwie in der Außenwahrnehmung zu schlecht weg. Wieder auch gerade auf Twitter und so weiter. Schwierig da irgendwie zu bewerten. Oh, die VfB-Bubble oder keine Ahnung, VfB auf Social Media, die Fans drehen durch. Das heißt, es muss nicht immer ein Indikator sein. Social Media ist einfach schwierig, was auch das angeht. Aber da sind es auch einige direkt wieder durchgedreht, als sie den Namen gelesen haben. Kann ich mit meinem Blick hier in die Vergangenheit nicht so ganz nachvollziehen. Klar, es ist halt kein, ich sag mal, kein besonderer neuer Name. Keine Wundertüte wie ein Vorrup oder so. Kein Talenteschleifer, kein junger, aufstrebender Trainer, wie auch immer. Aber, wie gesagt, das ist einer, der noch nie abgestiegen ist. Egal, wie scheiße es bei den Klubs aussah. Egal, wann er übernommen hat. Wie auch hier, ich gesehen habe, was waren es jetzt, glaube ich, drei Klubs oder so waren es, wo er die beste Platzierung geholt hat, seither, oder zwei, wie auch immer. Ne, drei waren es, HSV, Stuttgart und Hertha. Und dazu eben auch, ohne da jetzt in irgendeine Richtung gehen zu wollen, was ja auch oft kommt, diese Richtung von wegen, oh, jetzt die Mannschaft performt nicht, jetzt brauchen wir wieder so einen Magad, ich will wieder einen Schleifer oder sowas. So weit will ich gar nicht gehen. Aber vom Ding her ist halt ein Labbadia schon auch ein Typ. Ne, das ist ein Typ, das ist ein Trainer, der hat eine Präsenz, hat ein gewisses Standing. Das würde der Mannschaft, glaube ich, auch gut tun. Ein bisschen aus der Komfortzone raus, die ich da ein bisschen rein interpretiere. Ich habe ja vorhin auch gesagt, dass ich immer gesagt habe, ja, der Trainer weiß, wie er uns anzupacken hat. Vielleicht auch da eine Änderung mal nicht verkehrt. Die Spieler wollen ja auch laut Medien was, oder was der Podcast hat. Auf jeden Fall irgendwo auch gehört, dass die Spieler jetzt wohl auch eher einen neuen Trainer präferieren würden. Bin ich mal gespannt. Frage bei Labbadia natürlich auch das Thema Vertrag. Da gab es ja auch Gerüchte um Schalke 04, wo er fast gelandet wäre laut den Medien. Da war wohl gescheitert an der Laufzeit und an der Liga-Zugehörigkeit. Da kommt schon recht klar raus, du kannst den Labbadia, glaube ich, nicht holen und ihm sagen, jo, du machst bis Sommer und dann richten wir uns neu aus. Das klappt, glaube ich, nicht. Dem wirst du schon eher einen Vertrag hinlegen müssen für so wenigstens anderthalb Jahre bis Sommer 2024 oder sowas. Ich glaube, das wird er schon wollen. Und abschließend, ich könnte mich mit Labbadia als neuen Trainer definitiv anfreunden. Gerne eure Meinung in die Kommentare. Werden spannende Tage. Ich würde es auch, wie gesagt, das Video wollte ich jetzt nur machen und fand ich interessant wegen dem Namen Labbadia, weil ich den echt nicht verkehrt fände. Und da, wie gesagt, auch ein bisschen verwundert bin über manche Reaktionen von anderen VfB-Fans auf Social Media. Aber so ganz 100% Glauben schenken würde ich dem Gerücht nicht. Aber mal sehen, vielleicht ist ja wirklich was dran. Werden auf jeden Fall spannende Tage. Wie gesagt, wird sicher nicht das einzige Trainergerücht bleiben, denke ich mal, bis zur Trainerentscheidung dann. Eben auch die Frage, wer auch zum Beispiel eine Missensatz ersetzt, sollte er eben nicht verlängern. Kleine Hoffnung habe ich noch. So richtig Glauben habe ich daran ja nicht mehr, habe ich auch schon oft geäußert. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Auch gerne das Kosmos-Abo hier dalassen, wenn ihr es nicht getan habt. Danke fürs Zuschauen, hier viel mehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.